In dieser Folge haben wir wieder einiges vor, Freunde, denn wir machen weiter mit den Kämpfen auf der hellen Seite, um noch mehr Ausrüstungsgegenstände zu bekommen. Aber vorher will ich euch zeigen, was ich offscreen geschafft habe. Aktivitäten, Energie, Energie und dann gehen wir ganz kurz hier raus. So, offscreen habe ich nämlich Ezra Bridger freigeschaltet, ganz genau. Und wir werden ihn jetzt gemeinsam aktivieren. Unser erstes Mitglied in unserem Jedi-Team, abgesehen vom Jedi-Konsul. Also ein Charakter, in den ich sehr hart investieren werde. Und deswegen aktivieren wir ihn jetzt. Und er hat sofort zwei Sterne, vielseitiger Phönix-Angreifer, der basierend auf den Rollen seiner Verbündeten verschiedene Effekte aktivieren kann. Jedi, Rebell, Phönix und Angreifer. Und der Grund, warum er so cool ist, ist deswegen, er ist jetzt im Prinzip ein zweiter Qui-Gon Jinn. Was ich damit meine ist, also was ich damit meine, werdet ihr noch sehen. Und er ist ein Angreifer, also unser erster richtiger heftiger Angreifer. Er ist ein Rebell, ein Jedi und ein Phönix. Also er passt in alle drei Gruppen rein, die ich in Betracht ziehe zu farmen. Als erstes, beziehungsweise zweites. Deswegen klicken wir auf Bestätigen und schauen gleich mal, dass wir ihn ausrüsten können. Er ist auch ein Pilot von einem Schiff. Nämlich von dem Phantom 2. Und das ist ziemlich cool, weil wir damit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Weil wir bereiten uns damit auch auf Schiffe vor und wir bereiten unsere Jedi vor. Dasselbe gilt übrigens auch für den Konsul, ne. Habe ich ja auch schon mal gesagt, der ist auch Schiff-Pilot. Und wir werden Astra jetzt mal ein bisschen ausrüsten. Wir gehen auf Trainieren, bringen ihn gleich so hoch wie nur möglich. Leider haben wir nicht genug Kohle, um ihn noch höher zu bringen. Aber das wird sich bald ändern. So, jetzt sofort, Rang 29 ist noch nicht ganz so stark. Aber wir werden seine Ausrüstung jetzt auch machen. So, eins, zwei, drei. Dann schauen wir doch mal ganz kurz hier rein, bei Suchen. Was können wir doch hier machen? Ich würde mal sagen, wir farmen das da. Oder bist du was? Achso, das sind, ne, machen wir das nicht. Wir machen das hier. So. Perfekt. Das haben wir gleich gekriegt. Sehr schön. Ausrüsten. Machen wir doch die nächsten hier. Ähm, das hier. So, da haben wir auch eins von bekommen. Sehr gut. Das rüsten wir auch aus. Und dann suchen wir doch das hier. Äh, nicht bei Ray. Das hat einen Grund. Ähm, wir gehen nochmal hier hin. So, zack. Sehr gut. Sehr gut. Das haben wir auch. Grandios. Rüsten wir das auch mal aus. Und dann machen wir Upgrade. Perfekt. Jetzt hat er nämlich auch Durchbruch seine einzigartige Fähigkeit gelernt. Ezra's Angriffswert. Wir gehen mal auf 1 hier. Ähm, erhöht sich am Ende seiner Runde um 5% auf maximal 10% stapelbar. Also je länger der Kampf dauert, umso stärker wird er. Ich meine, nach zwei Runden ist sein Maximum schon erreicht. Aber das wird stärker. So, und, äh, ich würde ihn gerne noch weiter trainieren. Kann ich das? Ja, kann ich auf 30 sogar schon hier. So, perfekt. Und alles andere hier kann ich auch upgraden. Allerdings habe ich nicht mehr genug Kohle dafür. Wir gehen mal auf Erfolge und haben unseren siebten Charakter der hellen Seite. Dann gehen wir auf Abholen, haben sofort wieder genug Kohle. Ist das nicht super klasse? Äh, also gehen wir nochmal rein zu den Charakteren. Und dann werden wir nochmal ein bisschen in Ezra investieren. Wir bringen ihn gleich auf den maximalen Level. Auf 32, den wir momentan machen können. Und dann erhöhen wir ein bisschen seine Fähigkeiten. Dafür habe ich er extra gespart. Nämlich das hier erhöht seine Angriffskraft um 5%. So. Ähm, der nächste Level erhöht seine Angriffskraft um 15%. Das ist absolut enorm. Und, äh, jetzt müssen wir ihn erstmal auf 36 bringen. Was das macht ist, Ähm, er fügt den anvisierten Gegner physisch. Ach, das zeige ich euch am besten einfach im Spiel. Alles andere zeige ich euch dann, wenn wir es lernen. Beobachte und lerne. Machen wir auch immer noch hier. So, zack, sehr gut. Und, äh, das hier machen wir auch noch. Erhöhung der Zugleistung. Ja, das passt. Weitere 10%. So. Super klasse. Also Ezra ist, wie gesagt, unser Hauptangreifer. Einer unserer Hauptangreifer hier. Deswegen investieren wir hart in ihn. Genauso wie in, äh, Jedi Konsul. So. Aktivitäten. Was müssen wir noch machen? Trupp-Arena-Kämpfe müssen wir noch machen. Zwei Herausforderungen. Und, äh, alle Belohnungen. Ganz klar. Ähm, wir gehen jetzt hier zu den Herausforderungen. Die machen wir jetzt auch. Und zwar das ist eine neue Herausforderung. Eine Herausforderung um Kohle. Wir machen beide hier. Erst einmal die 1 und dann die 2. Also gehen wir hier rein. Und, äh, wen nehmen wir als Verbündeten mit? Wäre ziemlich cool. Cool ist es einmal Gandai, weil er dafür sorgt, dass, ähm, unsere Jedi mehr Verteidigung bekommen und auch noch eine Konterchance kriegen. Deswegen werde ich einfach mal mitnehmen. So, sehr gut. Da Ezra selbst keine Anführerfähigkeit besitzt, muss er kein Anführer sein. Wir lassen Chewbacca weiter als Anführer drin. Ich muss da ganz kurz das Team hier ändern ein bisschen. Ähm, wir lassen auf jeden Fall Chewbacca als Anführer drin. Dann kommt hier Ezra. Und dann kommt hier er hier. Dann machen wir noch so. Und dann machen wir noch so. Ich denke, so ist das Team momentan am stärksten. Also, los geht's. Ja, wir machen erstmal alles andere, was ich letzte Episode nicht so zeigen konnte. Ähm. So, es aktiviert sich erstmal ziemlich viel. So, einmal Gandai hat folgende Fähigkeiten. Trennung. Fügt dem anvisierten Gegner physischen Schaden zu. Gegen Druiden verursacht dieser Angriff 100% höheren Schaden. Perfekt. Und er hat noch das hier. Erneut verwendbar in drei Runden. Fügt dem anvisierten Gegner physischen Schaden zu. Und erhöht zwei Runden lang die Verteidigung aller Verbündeten. Also, wir greifen einfach nur Druiden an. Und das sieht so aus. Sehr großer Schaden. Ezra ist absolut grandios. Was er kann, ist gehetzter Schlag. Fügt dem anvisierten Gegner physischen Schaden zu. Und hat eine 20%ige Chance für einen weiteren Angriff. Ist Ezra nicht mit Debuffs belegt, verdoppelt sich die Chance. Also, er hat eine 40%ige Chance, wenn er nicht gedubuffed ist, ähm, zweimal anzugreifen. Und er hat noch das hier. Beobachte und lerne. Drei Runden abklingt Zeit. Der anvisierte Gegner, äh, der anvisierte Verbündete greift an. Anschließend steht Ezra ihm zur Seite und verursacht 5% mehr Schaden. Beide Angreifer erhalten basierend auf der Rolle des gewählten Verbündeten einen Bonus-Effekt. Also, wenn es ein Angreifer ist, macht er 100% einen kritischen Treffer. Wenn es ein Tank ist, kriegt er zwei Runden langen Schutzerhöhungen. Schutz haben wir noch nicht. Und wenn er ein Unterstützer ist, kriegt er 30% Zugleiste. Unterstützer ist sowas wie zum Beispiel, ähm, ich glaub, Ima Ghandai oder so. Ich weiß gar nicht, ob der Unterstützer ist. Er hier ist ein Angreifer, glaub ich. Der Bauernjunge Luke Skywalker. Deswegen machen wir das mal. Äh, auf Luke. Luke greift jetzt an. Critted auf jeden Fall. Und er hier greift dann mit an. Und wenn Luke critted, hat er ja auch eine Chance, eben Debuffs auf den Gegner zu machen. Wie zum Beispiel ihn zu betäuben oder so. Äh, oder eben Schaden über Zeit zu machen. Das ist das, was ich meine. Schaden über Zeit. Betäuben kann er nur, wenn er es selbst aktiviert. So, was haben wir hier? Immer erst die Überzahl ausschalten. Ihr wisst ja, wie das läuft. Ima Ghandai kann so einen direkt vermöbeln. Und hier greifen wir mal nochmal an. Zack. Leider kam kein, ähm, kein zweiter Angriff dieses Mal. Aber das ist in Ordnung. Und ich denke, ihr seht langsam, warum ich, äh, warum ich Ezra unbedingt haben wollte. Unbedingt leveln wollte. So, wir greifen an. Eins. Und das war nur ein Angriff. Ja, ich meine, wir haben nur eine 40-prozentige Chance. Die Chance erhöht sich noch, Stück für Stück. Und keine Sorge, wir werden das noch oft genug in Action sehen. Da war's, ne, zweimal. Sehr gut. So, machen wir das hier. Und dann greifen wir nochmal an. Und das war's. Perfekt. Mit einem Angreifer wie Ezra im Team. Oh, hier, 50.000 Gold. Ja, hier kann man dann Gold farmen. Den frage ich natürlich sofort an. Und dann gehen wir weiter. Ja, ich bin immer noch im Vorproduzier-Modus. Die nächsten Schwierigkeitsrat machen wir in 10 Minuten. Ich bin immer noch im Vorproduzier-Modus. Das heißt, ähm, ihr werdet jetzt momentan nicht viel, ähm, noch nicht viel von euch sehen, falls ihr mich schon angefragt habt in den vorherigen Episoden. Das wird aber kommen. Denn, äh, der Grund, warum ich vorproduziere, ist ganz einfach. Ihr holt mich schneller ein, als ich Folgen release. Ja, das ist der einfache Grund. Und, ähm, wir können jetzt gegen dieses Team hier kämpfen, wenn wir wollen. Oder wir machen einfach hier neue Mission. Und dann sehen wir, es sind schwächere Gegner da. Dann kämpfen wir gegen die, ja. Erst einmal, bis wir aufgestiegen sind. Hier muss ich auch mein Team ein bisschen ändern. Wir nehmen auf jeden Fall, ähm, Chewbacca mit, als Anführer. Dann packen wir Ezra und den Jedi-Konsul rein. Den packen wir auch noch mit rein hier. Und sie. Ne, wir haben zwei Heiler, wir haben einen Tank und wir haben zwei krasse Damage-Dealer. Sie kann auch noch ein bisschen mit Damage machen. Das sind auf jeden Fall unsere stärksten Charaktere. So, wir greifen natürlich zuerst den Heiler an und schicken Luke vor. Luke hat gecritet, wie ihr gesehen habt eben. Und jetzt, wenn er nochmal crit, ist er betreut. Ah, er war sogar betreut. Grandios. Perfekt. Das lief sehr gut. Und als nächstes schalten wir den hier aus. Wir können nicht, wir müssen leider jetzt ihn angreifen hier. Ezra wird irgendwann auch in der Lage sein, äh, Buffs vom Gegner wegzumachen. Ist auch unheimlich praktisch. Aber noch kann er es nicht. Das lernt er noch. Äh, und dann werdet ihr sehen, dass Ezra im Prinzip wie eine Art Qui-Gon Jinn 2.0 ist. Also, er hat alle Fähigkeiten, die Qui-Gon Jinn hat. Äh, von wegen mit einem Verbündeten zusammen angreifen und so. Aber er kann alles, was Qui-Gon Jinn kann, ein kleines bisschen besser. Außer, dass er keine, er hat keine Anführerfähigkeit. Und die von Qui-Gon Jinn ist für Jedi extrem gut. Und essentiell haben wir mit Ezra dann, ähm, zwei Qui-Gon Jinn's mit dabei. Was nicht schlecht ist. So, ich will gerne mal heilen hier. Unseren Konsul. Sehr gut, dann greifen wir jetzt Talia an. Und dann haben wir den Kampf auch gewonnen. Eins und Bonusangriff zwei. Ihr seht es schon. Ähm, selbst wenn es nicht progt, ist es trotzdem ein starker Angriff. Aber wenn es progt, ist es umso besser. Machen wir das mal so. Ne, er hat gerade 30% Zugleistenerhöhung bekommen, weil er ein Unterstützer ist. Falls ihr es nicht gesehen habt, spult gerade nochmal zurück, dann seht ihr es. Als ich ihn losgeschickt habe zum Angreifen, hat es ja eine Zugleiste um 30% erhöht. Wir sind momentan unter 5000. Im Rang unter 5000. Und das ist sehr gut. Ich habe euch ja erklärt, warum ich da gerne hin möchte im Rang unter 5000. Ähm, weil wir nämlich dann jedes Mal 400 von diesen Teilen haben, ne. Also 200 am Tag plus 200 für den Rang. Hier, ne. Das ist der Rang, den ich haben wollte. Da befinden wir uns gerade. Und den muss ich stabilisieren. Mindestens. Ich will natürlich umso höher kommen. Aber der Rang ist mindestens anstrebbar. Weil diese Belohnung hier kriegen wir alle 24 Stunden. Das ist absolut awesome. So. Können wir noch irgendwas machen? Ja, wir können Chewbacca mal auf vier Sterne bringen irgendwann. Das mache ich aber noch nicht jetzt sofort. Ähm. Wir machen jetzt. Kann ich jetzt hier schon weitermachen? Noch nicht sechs Minuten noch. Ja, dann machen wir ein paar Kämpfe auf der hellen Seite. Würde ich mal sagen. Dass wir da auch vorankommen. Und zwar, ähm. Achso, auf normal. So, hier. Da kriegen wir nämlich bessere Ausrüstungsgegenstände. Deswegen ist es wichtig, dass wir da vorankommen. Also, los geht's. Wen nehmen wir mit? Ich würde mal sagen, wir nehmen mit. Ähm. Hm. Der hier ist auch ein verdammt starker Tank. Obi-Wan Kenobi, alter Ben. Und Admiral Ackbar ist auch awesome. Also, es gibt hier wirklich ziemlich viele gute Charaktere, die man mitnehmen kann. Ich nehme mal hier Obi-Wan mit. So. Und auch hier muss ich mein Team wieder ein bisschen ändern. Für die helle Seite. Wir haben nämlich hier Chewbacca wieder. So und so. So. Und dann nehmen wir hier den Piloten mit. Also haben wir ein ziemlich starkes Team. Damit kommen wir auf jeden Fall sehr weit in der hellen Seite. Also greifen wir mal nochmal an. Achso, der weicht aus. Ja, Obi-Wan kann, ähm, dem Gegner physischen Schaden zufügen und ihm zwei Runden lang seine Effektivität reduzieren. Nein, seine eigene Effektivität erhöhen zwei Runden lang, hat er ja gerade getan hier. Oder, ähm, sechs Runden Abklingzeit. Das ist zwar sehr lange, aber er belegt alle Gegner eine Runde lang mit Fähigkeiten blockaden und senkt zwei Runden lang ihren Angriffswert. Das ist brutal. Äh, außerdem besteht eine 50%ige Chance, 30% Zugleiste zu entfernen. Diesem Angriff kann nicht ausgewichen werden. Das ist absolut enorm. Ähm, weil er, wenn er zuerst dran ist, und mit Hilfe von Qui-Gon Jinn ist er meistens zuerst dran, äh, erst einmal alle Gegner mit Fähigkeiten blockade belegt und dafür sorgt, dass sie erstmal keinen Schaden machen. Also richtig nützlich. Und falls man zuerst normal angreift, erhöht das seine Effektivität, dann ist die Chance, dass das Progt noch wesentlich höher. Ich zeige euch das vielleicht mal, wenn wir jetzt dran sind. Ähm, wir greifen mal den da an. So, perfekt. Und dann schicken wir mal Ben vor. Ah, der hat jetzt hier Schutz bekommen, wie ihr seht. Also er steckt jetzt mehr Schaden ein. Hat also doch geklappt. Ist mir noch nie aufgefallen. Wie viel ist denn das? Bonusschutz. Na gut, er selber hat auch Bonusschutz bekommen. Also, es lohnt sich sogar, das auf einen Tank zu machen. So, sehr gut. Ja, irgendwann zeige ich euch mal den Geistestrick von, ähm, von, von, äh, Ben. Und den fragen wir auch gern wieder an. Ja, am Anfang frage ich eben Randoms an, um, äh, meine Chancen zu erhöhen. Das ändert sich später wieder. Wir nehmen Ayla Secura mit. Auf jeden Fall. Also, sie ist auch eine der besten Jedi in diesem Spiel. Meiner Meinung nach. Deswegen packen wir sie mit rein und, äh, starten wieder mit diesem Team. So, dann wollen wir mal. Wir schicken Ayla Secura los. Macht einen kritischen Treffer. Und Ayla Secura hat eine Chance, wenn sie angreift, ähm, dass ein Verbündeter mit angreift. Sie ist einfach super klasse. Also, Ayla Secura und Ezra in einem Team und es hagelt Bonusangriffe. Wenn es denn progt, natürlich, ganz klar. So, hier haben wir Großmoth Tarkin. Ähm, den schalten wir zuerst aus. Zack, kein Bonusangriff hier. Da greift er normal an. So, das war's. Und der Bonusangriff, ihr habt gesehen, das hat sich schon bemerkbar gemacht. Ja, ich werde Ezra jetzt hart farmen. Also, ich werde, ähm, sämtliche Kantina-Energie, die ich habe, in Ezra investieren. Und vielleicht werde ich ihn irgendwann mal austauschen gegen einen anderen Angreifer. Äh, äh, Ayla Secura. Äh, 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 aber ich will euch auch noch nicht zu viel verraten. Vielleicht mache ich das. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ähm, zumal, wenn wir an den Punkt kommen, dass wir Ayla Secura farmen können, wird sie erst einmal auch noch nicht, ähm, noch nicht so stark sein, wie Ezra zu diesem Zeitpunkt ist. Das heißt also, es wird dauern. Ja, die ersten Charaktere, die wir bekommen, äh, die wir dann hart farmen, die bringen einfach mehr. So, wir greifen mal an. Eins. Komm, die greifen wir auch nochmal an. Hier, so. Zack. Hier. Zack. So, wir haben jetzt wieder eine Chance, ne, das seht ihr hier. Eine 15-prozentige Chance, dass ein Verbündeter mit angreift. Und falls es ein Jedi ist, macht er 50% mehr Schaden. Also, falls Ezra oder Konsulen mit angreifen, ähm, lohnt sich's richtig. Oh, zwei Tanks. Komm, wir schicken mal Ayla Secura vor. Gegen das Ausgewichten, trotzdem war das guter Schaden. Als sie dann dran war. Oh mein Gott, das ist eine ganze... Was ist das hier für eine Armee? Okay, komm, wir, äh, wir machen mal, äh, so. So. Und dann hier auf den da. Okay, das hat nicht wirklich viel gebracht. Äh, attackieren wir doch mal den. So, sehr gut. Und dann den hier. Zack, perfekt. Zwei Stück taunten. Machen wir das hier. Ich will euch gleich nochmal Aylas Spezialangriff zeigen. Ah, da war der Bonusangriff, ne? Da kam sogar ein Jedi mit dieses Mal. Und in einem reinen Jedi-Team, ähm, mh, ist natürlich dann die Chance... Also ist natürlich immer die Chance da, also, ne? Wenn ein Jedi angreift, macht er immer 50% Bonusschaden. So, wir schicken Ayla vor. Das Tolle ist, wir schicken Ay... Ja, genau, das hat mich gemeint. Wir schicken Ayla vor. Sie greift an. Ähm, ruft einen Verbündeten als Bonus mit herbei. Das war diesmal ein Jedi, der auch nochmal extra Schaden macht. Und dann greift Ezra auch nochmal an. Und dann ist theoretisch noch eine Chance, dass Ezra wieder mit angreift. Ähm, und das heißt also... Obwohl, nein, ich glaub, er greift nur einmal an. Ich glaub, das geht dann nur einmal. Auf jeden Fall ist das dann drei Hits, ne? Also mindestens, ähm, Ayla trifft, löst ihren Angriff aus, dass ein Verbündeter mitkommt. Das war in dem Fall der Jedi-Konsul. Und Ezra greift dann auch nochmal an. Das sind drei Hits. Das ist ziemlich gut. So, wir machen jetzt unseren Spezialangriff hier. Das ist das, ähm, Überlebenskünstler macht physischen Schaden und regeneriert Gesundheit in Höhe von 50% des verunusagten Schadens. Also, los geht's! Oh, das war auch ein grossartiger Schaden von den Piloten. So, perfekt. Was haben wir jetzt geschafft? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs haben wir noch vor uns. Äh, wenn wir das jetzt noch machen, haben wir vier geschafft. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Naja, wir lassen das erst einmal so. Äh, ich hab ja noch vor, hier reinzugehen. Herausforderungen. Dorthin. Und dann das hier zu machen. Diesen Kampf. Wen nehmen wir hier mit? Jetzt Count Dooku wäre ziemlich cool an der Stelle. Und ich würde sagen... Nein, wisst ihr was? Wir nehmen Admiral Ackbar mit. Hier, 1600 Stärke. Komm, den packen wir mit rein. Das Team steht. Also, los geht's! Geht, das sind schneller als wir. Das beeindruckt uns gar nicht. Ach, der hat sich unsicher gemacht. Na gut, soll er ruhig. So, Ackbar hat hier seinen dritten Skill. Ich glaub, der hab ich noch gar nicht gezeigt. Den ersten kennt ihr schon. Fügt physischen Schaden zu. Hat eine 25-prozentige Chance, das eigene Zugleistung 30% zu erhöhen. Ist sehr praktisch. Es ist eine Falle! Ähm, er läuft verwendbar in fünf Runden. Entfernt sämtliche negative Status-Fakten von allen Verbündeten. Und, äh, die heilen sich auch noch um 5% der maximalen Gesundheit für jeden auf diese Weise entfernten Debuff. Und der hat das hier. Taktisches Genie. Taktisches Genie ist ein absolut grandioser Angriff. Äh, und den werd ich euch zeigen, wenn wir beim Boss sind. So, immer zuerst die ganzen Druiden ausschalten. Ne, sowas wie einmal Gandai oder, ähm, oder Eeth Koth sind da ziemlich gut, weil die nämlich dazu in der Lage sind, Druiden schneller auszuschalten. Und bei den ganzen Bonusangriffen, die die machen, ist das schon sehr praktisch. Es gibt tatsächlich auch in PvP ganze Druiden-Teams. So, und hier sind wir jetzt beim nächsten Punkt, beim nächsten Gegner, er hier. Und der ist dieses Mal ein bisschen stärker als beim letzten Mal. Also schauen wir mal, dass wir alles rausholen. Wir, äh, aktivieren das hier. Und schicken jemanden vor. Und ich würde mal sagen, wir schicken Luke vor. Der hat gecritet, aber der Gegner hat leider, ähm, da habt ihr es gesehen, er hat sogar zweimal angegriffen. Und also war das doch richtig, was ich vorhin gesagt habe. Also, wenn ich mit ihm Isla Secura vorschicke, dann greift Isla Secura einmal an, ähm, nimmt vielleicht noch einen Bonuscharakter mit, dann greift er an und macht vielleicht noch einen zweiten Angriff. Das heißt, das sind potenziell vier Angriffe in einer Runde. So, wir machen jetzt das hier. Taktisches Genie. Admiral Ackbar gewährt allen Verbündeten den Effekt taktisches Genie. Der erste Verbündete, der eine Spezialfähigkeit einsetzt, während er mit diesem Effekt belegt ist, erhält 100% Zugleiste und regeneriert 15% seine maximale Gesundheit. Taktisches Genie endet am Ende von Admiral Ackbars Runde oder wird ein Verbündeter diesen Effekt aktiviert. Also machen wir das mal. Taktisches Genie auf alle. So, der erste Charakter, der jetzt einen Spezialangriff benutzt, kein Basisangriff, der enthält, äh, der kriegt noch eine Runde danach. Also wir greifen jetzt mal hier nochmal an. Ähm, und wir greifen jetzt hier auch mal normal an. So, zack. Hier greifen wir auch nochmal an. Zack. Und er hier greift auch nochmal an. So, und mit Luke machen wir jetzt das da. Spezialangriff. Piu. Und jetzt ist er noch einmal dran. So, sehr gut. Das war's schon. Ähm, hätte er jetzt keinen Cooldown gehabt auf seinem Skill, hätte ich dann auch noch mehrere Verbündete losschicken können. Aber er hatte Cooldown, also Abklingzeit. So, wir machen jetzt mal das hier. Und dann würde ich mal sagen, heilen wir uns mal. Wir heilen Ezra vor allem. Oh, so viel zum Thema, wir heilen Ezra. Ja, Ezra ist gut gegen Jedi. Leider haben wir das jetzt wieder nicht mit, äh, mit zwei, mit drei Sternen geschafft. Aber ich hab... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er dreht völlig durch. Also dazu muss man sagen, er hat jetzt richtig Glück gehabt, der Charakter. Ähm, dass er so viele Bonusangriffe gekriegt hat. Und wir haben das nur mit einem einzigen Stern geschafft. Aber keine Sorge, ich geh da später noch einmal rein. 66.000 Gold. Und wir fragen auf jeden Fall Akbar an. Das war ja jetzt hier vor allem zum Zeigen. Aber ihr werdet das noch sehen. Also, ähm, das auf drei Sterne. Da geh ich dann in zehn Minuten nochmal rein. Das mach ich dann wahrscheinlich offscreen. Äh, wir haben noch ein Event, den wir machen können. Hier. Und zwar den nächsten Schwierigkeitsgrad. Schalte die Heimat 1 frei. Erhalte Admiral Akbar, Mace Windu und Großmav Tarkin Splitter. Interessant. Äh, mit 31 plus kriegen wir das freigeschaltet. Ich würde mal sagen, wir machen mal ganz kurz hier so das da. Das haben wir geschafft, die Herausforderungen. Sehr gut, wir müssen noch einmal PvP machen. Und, äh, da haben wir das ja auch geschafft. Haben wir jetzt Trupp-Arena? Hm, ja, wir haben noch einen PvP-Kampf. Sehr gut. So, ich suche ein paar leichtere raus. Äh, ja, machen wir die hier. Am Anfang ist es egal. Klickt ruhig immer auf Neu Mischen. Das kann man die ganze Zeit machen. Das kostet, glaube ich, nichts. Deswegen, ähm, gehen wir jetzt mal da rein. So, das Team ist in Ordnung. Und los geht's. Ja, ich muss off-screw noch ein bisschen an den Charakteren arbeiten. Ich will den Heiler zuerst ausschalten wieder. So, leider tauntet er gerade. Äh, das bedeutet, wir müssen ihn jetzt angreifen. Wir taunten auch. Um Gleiches mit Gleichem zu vergelten, greifen wir doppelt an. Oder nur einmal. Schade. Dann heilen wir uns mal. So. Er heilt auch. So, dann greifen wir nochmal ihn hier an. Ja, Chewbacca ist ziemlich langsam. Die taunt hält immer zwei Runden. Oder eine Runde. Ein bis zwei Runden. Von seinen Runden halt. So, wir schicken nochmal Luke vor. Für Bonusangriff. Sehr gut. Dann haben wir den ausgeschaltet. Als nächstes schalten wir ihn hier aus. Der hat einen höheren Ausweichwert hier. Ähm. So, wir heilen uns mal. Greifen an. Kriegen noch einen Bonusangriff. Ihr seht schon. Bonusangriff ist immer unheimlich praktisch. Perfekt. Jetzt schalten wir Luke aus. Den nächst gefährlichen. So, so kriegt der Schaden über Zeit, wenn es klappt. Jawohl, hat geklappt. Perfekt. Hier greifen wir noch an. Eins. Zwei. Und dann schicken wir mal Thalia vor. Die kriegt nämlich Bonuszugleiste jetzt. Hier noch ein Bonusangriff. So, jetzt ist sie wieder dran und kann sich wieder heilen. Für jeden Angriff hat sie sich gerade geheilt. Ja, ich hab mir schon gedacht, dass wir den jetzt eh angreifen müssen. So, eins und Bonusangriff. Zwei. Sehr gut. Heilen wir uns mal, damit Thalia nicht stirbt. So, und hier machen wir Auto-Bodus. Und wir haben unseren Rang ein bisschen mehr gesichert dieses Mal. Den fragen wir nicht an. Und, ähm, das war's hier soweit. Denk ich. Wir haben auch genug Arela-Kämpfe gemacht. Also nehmen wir das auch mal. Und das hier haben wir auch abgeschlossen. Super klasse. Und wir sind Rang 33. Okay, Freunde. Ähm, was das bedeutet ist. Wir gehen jetzt mal ganz kurz hier in die Lieferungen. Und, äh, ihr seht jetzt hier, wir haben 500 von diesen Währungen, ja? Ich will 400 am Tag haben, damit ich von diesen Charakteren hier einen kaufen kann. Und wen ich von denen kaufen kann, ähm, es machen unheimlich viele Charaktere hier unheimlich Sinn. Wenn ihr ein Rebellenteam macht. Sturmtruppenhand ist einer der besten Tanks im gesamten Spiel. Darth Sidious. Dazu muss ich nicht mehr viel sagen. Jedi-Killer und extrem krasser Damage-Dealer. Eeth Koth ist okay für Druiden zu besiegen, aber es gibt viel bessere. Äh, für ein Druiden-Team IG-88 oder HK-47 sind absolut krass. Äh, Admiral Ackbar ist perfekt für ein Rebellenteam als Anführer auch. Äh, Asajj Ventress für die Night Sisters, also die Schwestern der Nacht. Savage Opress für ein Sith-Team. Ähm, Großmoth Tarkin ist auch ziemlich gut. Prinzessin Leia für ein Rebellenteam. Ähm, Mace Windu. Wenn ihr denn gerne, äh, Rebellen-Farm, beziehungsweise, ähm, äh, Jedi-Farmt, Cassian Andor. Wenn ihr Rogue-One-Fans seid und ihr möchtet das Rogue-One-Team haben, farmt auf jeden Fall Cassian Andor, denn das komplette Rogue-One-Team ist extrem mächtig. Extrem overpowered in diesem Spiel und, äh, ich werde hier an der Stelle aber Kanan farm. Kanan Jarrus. Ja, ganz genau. Auch jemand von Rebels. Wie gesagt, meiner Meinung nach eine ziemlich gute Serie. Ein ziemlich cooler Charakter. Einer meiner Lieblingscharaktere aus dem Star Wars-Universum mittlerweile geworden. Und, ähm, mh, er hat ja auch das Schiff, dieses Schiff hier, die Ghost. Also er hat auch ein Schiff genauso wie, ähm, wie, äh, wie heißt er nochmal hier, Dingets, Ezra meine ich. Und deswegen kaufen wir unsere ersten Splitter gemeinsam. So, ihr wisst ja, Jedi-Team und so weiter und so fort, ne? Also Qui-Gon sieht momentan so aus. Mit Darth Vader sind wir schon hier. Und Jarrus ist momentan hier. Kanan Jarrus. Äh, Kanan hat eben auch ein Schiff. Und da ist er halt auch eine große Hilfe, wenn wir da irgendwann mal Schiffkämpfe haben. So, so viel dazu, Freunde. Ich werde jetzt hier an der Stelle die Episode beenden. In der nächsten Episode machen wir diesen Event hier gemeinsam. Und, ähm, vielleicht machen wir dann auch noch das hier auf drei Sterne. Okay, also, achso, genau, wir machen auch noch ein paar helle Seite-Kämpfe weiter. Und vielleicht noch ein paar Katina-Kämpfe. Mal gucken. Also, Freunde, vielen Dank und hoffentlich bis zur nächsten Episode. Tschüss.